Was würdest du tun, wenn du endlich den Mut dazu hättest? Abonnier den Kanal. Wir freuen uns auf dich. Der mutigste Moment in meinem Leben war, Fotos meiner frisch verbrannten Wunden im Internet zu teilen. Das ist geballte Frauenpower und ich liebe es. Werde du Teil unserer Community. Der Maris.